weiche du jämmerlicher hässlicher baum muss was essen ich brauche essen ich habe nix mehr zu essen man gebe mir was zu essen hast du noch? ja du hast ja noch wo bist du noch? da hinten ich komme zu dir so Brandrodung eiskalt hier ist ja noch gar keine Tür drin kannst du mir mal? ich hoffe du hast eine gute Brandschutzversicherung ne ja dann nicht ich mache einfach mal hier ein Loch rein gib mir mal bitte essen ja gut wenn der alles abbrennt dann da 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 ja gut das reicht erstmal erst mal gut ähm wenn alles abbrennt dann gehen wir im Flugmodus und mach alles klappt dann wieder aus ja ja bin ich nicht groß hier weil Feuer brennt ja jetzt weiter ne gut wenn du jetzt das da weg machst so dann kann das schon alles abbrechen ja hier brennt gar nicht alles ab ich bin noch hier ein Pass auf ja gut dann pass auf und und sammle das Holz ein und ich ja was kann ich denn jetzt machen ich musste jetzt das wird mir die Zimmer hier noch ausheben während das hier alles abfackert ja aber ich meine das ist naja ich bräuchte eigentlich mehr Gloucetown weil ich mache jetzt den Gloucetown hier zu jetzt so laufen wir haben sogar noch einen Rest Gloucetown so jetzt muss ich hier hoch und jetzt mache ich mir den Gang hier fertig damit der Gang endlich mal voll mit Gloucetown und wenn nicht dann müssen wir halt Farben jetzt erstmal ja was wieder Farben ja Gloucetown achso er fehlt gut ob hier ist gelaufen naja komm und allem weiß ich mach es einfach nicht so dass es komplett ausgeläuchert ist das ist mir jetzt zu blöd so wir brauchen noch eins zwei drei vier fünf und viel mehr die ist halt nur im Peaceful Modus hin und Spawn doch schon nix ja nö das ist ja nur sowieso nur Blöcke es ist ja nur ein Block immer pro vier Blöcke nee einer zwei eher so so fünf oder sechs Blöcke vielleicht wo das Spawn kann im Gang ist jetzt immer nur ein Block pro also immer nur hier so neben dem Fenster also immer genau hier kann einer Spawn auf der anderen Seite also da ja hier kann man mal gucken hier nicht jetzt weil er offen ist und dann hier eigentlich auch nicht hä nö die Lampen sind ja auch haben die das jetzt ne da hinten ist es noch dunkel nein achja 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 ja genau heat so muss das sein ach es ist wieder normal das ist ja geil okay also müssen doch in die Ecken müssen dann noch Gloucetowns rein aber dann wäre nämlich hier zu dunkel guck hier ist nämlich auch nur drei dann ist das da muss Gloucetown rein sonst geht das überall ja also es ist nur für tagsüber dass da das muss dann halt da wieder nur weil hier jetzt offen ist also wenn hier zu wär und das wäre es also muss hier auch ein Gloucetown rein ok ne ist ja hier ach das Platte ist da oben liegen will das nicht verarschen so hier ist offen boah wie viele Setzlinge das ich jetzt hab das ist ja schlimm naja jetzt musst du wieder zu was? das musst du wieder zu machen was? ja da wo du aufgebrochen hast ich hab nix aufgebrochen ja doch hier drüben was ich hab gesagt die Setzlinge wo ich hab ja hier ist doch ein Loch drin in der Wand ich hab doch nix wo ein Loch gemacht oh man mir geht das auf den Piss hier ich mein ja nur ich hab ja nix wo ein Loch gemacht und wenn dann machs halt so so schlimm wär das jetzt ja ich hab aber die Steine nicht die wir dafür brauchen Sandstein ja äh dieser Kipersandstein wirst du so ja ich auch nicht das in der Kiste da lauf ich gerade hin da ist der geben der heißt gemeißelt das Sandstein gemeißelt voll gemeißelt ich meißel mir ein Meißel warum hab ich jetzt nur noch 90 FPLs wow bloß noch ich hab grad mal 43 aber wer sagt das ich und mein PC ja ok kann ich zustimmen irgendwann habe ich noch wieder 120 man kommt jetzt hin ist doch egal wirst du was jetzt wieder nur 90 Kapitel ist zu voll hm glaub ich nicht die Schwankungen sind normal weil du nur mit 29 97 eingestellt hast ach jetzt und hier nicht da muss jetzt ähm hier ein Knopf hin nö hier nicht eins weiter muss dann genau hier ein Knopf hin öö da können die scheiß Blätter hier jetzt mal despawn oder wie schauts aus so und hier drüben machen wir es anders hier machen wir einfach jetzt nicht auf die diese Seite weil das wäre bis hier in der Ecke sondern einfach auf diese Seite ein Knopf und dann geht das also da kommt der Knopf hin und dann wird da einfach alles auf die andere Seite dann wird hier nichts dann ist hier halt keiner mehr dann sieht man dann nicht mehr und dann ist gut wie ich es da oben überhaupt mache weiß ich sowieso nicht ich müsste erstmal wieder hoch also gut hier ist die Tür hä ich lege mich mal ins Bett ne macht das da werde ich jetzt ja funktioniert zu Hause gesetzt ja hier ist mein Zuhause jetzt 1 2 3 ich hab noch Rester dabei ne natürlich nicht 1 2 3 4 ich nehm nochmal das ganze Rester mit 1 2 3 4 ich nehm nochmal das ganze Rester mit Gelbstein ach du du hast ja gar kein Gelbstein weil du es nicht kannst nö das kommt vielleicht in der zwei letzten Folge vielleicht wo ist die noch ja okay dann nur noch hier so vielleicht mache ich das ich schenk schon da sonst Special muss ja irgendwas neues sein so also der Knopf ist ich hab keine doch hab ich noch ja ich hab noch Platz ja aber wenig ich nicht mehr ich bin wieder ristlos zugemüllt mit Cleanstone und was weiß ich sonst und ich glaube meine Mentor noch nie so lange ist so voll hier ne das kannst du vergessen ach komm jetzt kann ich überhaupt nichts mehr aufnehmen da komm du weg ja ne nicht Erde aufnehmen so 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 ne Moment so 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 ne und dann so ach ja so kann ich aber nochmal den Knopf einbringen und das hier wie keine Spitzhacke mehr ey ne du nicht kann ja nicht wahr sein ich muss mich halt hier rausdecken so ach ja aber immerhin geht's heute voran ja naja weil jetzt ist eigentlich nur noch Einheitsbauen ja jetzt musst du nur noch Cleanstone machen hab ich doch ja ja und ich brauche halt Spitzhacken noch so ein paar ich bin nicht voll ich brauche immer das Holz weg und der Eisen brauche ich natürlich so und dann mache ich mal drei Stück so so den Leben gibt es solche Momente da braucht man einfach Eisen ja einfach mal so ich sag schon wieder eben ne Stiesel Stiesel Riemenbill das Stiesel Riemenbill für die die Klug der Karibik kennen naja das ist kein Strikeway Copyright nein ich meine was ich hier jetzt hab ich muss jetzt so was hast du denn Fackeln machen ey die Musik ist grad so ein bisschen nervig hm das unorganisierte Verbrechen läuft bei mir was für den das unorganisierte Verbrechen kenne ich nicht bei mir läuft Jesu Joy of Mans dieses Ring oder so irgend so ein Scheiß halt naja so ein Scheiß nicht aber die Brunnen hast ja keinen Scheiß ne was ich hier grad hören du musst mal die drei Äpfel essen die hab ich dir vor ne Stunde schon hingeschmissen so ja da war ja mein Essen ja voll nur ich hab kein Brot mehr deswegen brauchte ich halt was zu essen ja ja völlig umsonst die Ohren voll hä? hier musst du mir hier völlig umsonst die Ohren voll aber das ich so wenigstens schon mal habe ne ich glaube das ist so ne Art Weihnachtsmusik was ich mir gerade hört ja heute ist 1. Dezember da kann man das schon machen ne ne jop jop und steht überhaupt so und steuern ins Fenster ja ich muss gucken wenn wir hier die Hälfte von dem Wir müssen ja dann nochmal da so ein Mechanismus für den, das kann man da hinten immer auch. Das geht schon. Nicht funktioniert. Ich brauche nur hier. So, hier sind wir jetzt. So. So, hm, kann ich nicht. So, dann wird das dann so, so, so. Was mache ich hier eigentlich, meine Güte? Ah, hm. Äh. So. Hm, keine Ahnung, wie ich das jetzt... Oh, aber egal. So, erstmal mal ein bisschen anders da hinsitzen, das ist ja gut. Du lümmelst immer so vorm PC. Wie ich lümmel? Ich bin doch kein Lümmeltöten-Lied, äh. Ey, Mann, es ist gerade gelaufen, seid ihr zu frech. Dä, dä, dä. Ich müsste mal an den Dädelik schreiben, ob ich Let's Play machen darf von ihren Spielen. Fragt dann gleich für mich mit. Ich glaube, da habe ich den noch nicht genug Abonnenten, beziehungsweise Flügel. Du bist so schlecht. Ich lade nur die Ziele, die Videos in der selben Qualität hoch wie Gronkh. Ah, ja, deswegen bist du schlecht. Ähm... Ähm. Genau, ich bin viel zu schlecht. Ich verbaue mich hier total. Da kommt Close Stone hin, also kann ich das überbauen mit Redstone, weil das ist ja Eco-Hall. So, die Erde kann ich wieder ablegen. Ich mach das jetzt einfach mal so. Hier hab ich noch Schaufeln, bevor ich mir wieder welche mach. Ach nee. War doch. War doch doch. Passt da, passt ja, passt ja, passt ja. Passt. Nö, passt nicht. Ähm. Ähm, ich bin grad irgendwie, irgendwie blöd. Ey, was mach ich hier? So. Nö. So, jetzt muss ich. Scheiße. Dann muss ich das ganze Ding hier einfach falsch rumbauen, dann geht das schon. Ich baue das hier halt grad falsch. Äh, so, jetzt kommt der hin. Dann so. Nee. Ich baue das hier. Jep. So, weg, 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 weg. Das hier muss ich ja auch freischaufeln hier noch, da muss ja die Redstone-Schaltung hin. Da muss ein GPT hin, weil ich keinen dabei habe. Naja. Ja, mach ich später. Ich auch. Also, das hier wäre schon mal richtig. Da fehlt noch was. Da drüben auch. Da ist es da. Da vorne auch. Warum mache ich das eigentlich nicht so? Da muss ich so Speichrätzt haben. Das ist doch sowieso an. Das ist... Ja, so kann ich es auch machen. Und bei dem darf ich es halt nicht, weil wenn das an ist, darf die nicht angehen. Ja, ja. Ja gut, dann bin ich jetzt erstmal mit der Stromversorgung fertig. Jetzt wollen wir hier noch. Da packt wieder ein Erdblock rum, habe ich es doch gewusst. Damit hier keiner runterfällt. Und damit wir besser bauen konnten. Ich verbau mich hier schon wieder total. Oh. So, 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 so. So, so, down liegt Redstone. Hm, okay. Irgendwie kommt gerade nur so eine Art Weihnachtsmusik, kann doch nicht wahr sein. Ist in der Playlist jetzt das Weihnachtsfieber ausgebrochen, oder was? In der Playlist nicht, aber in deinem random Ding mal halt, mit was spielst du ab? Ja, mit Movie, Movie-Dings. VLC Media Player. Nein, Movie. Kennt ich nicht. Windows Media. Ja, genau. So, die hat ja nichts mit Movie zu tun. Ja, Media Movie, was was. Ja, Movie spielt er auch, aber. Movie, ja, alles klar. Ja, Movie Maker habe ich jetzt gedacht. Du bist ja ein Media Player oder Movie Maker? Ja, Movie Maker ist ja ein Movie Maker, das sagt ja schon der Name. Ja, ich hab halt falsch gedacht. Es gibt tatsächlich Leute, die machen Let's Play mit Movie Maker, wie sind die drauf? Ja, habe ich auch erst gedacht, mache ich mit dem Zeug, aber dann habe ich ja. Ja, habe ich am Anfang auch gedacht. Aber nee, dann habe ich ja die Erklärung. Die Daten zu groß waren. Habe ich mir gedacht, nee, ich brauchst einen anderen Codec. Nein, nee, ein Codec habe ich bis vor einem Monat nicht gedacht. Naja, doch. Sagen wir mal drei Monate. Ein Codec habe ich seit da nicht gedacht. Schon nicht mal gewusst, dass es gibt. Na gut, gewusst habe ich schon, aber... Naja. Also, meins war halt immer die ersten Videos waren halt in den WMV und dann habe ich halt auf MP4 gewechselt. Wir waren glaube ich schon immer auf MP4, nur halt mit viel zu großen Daten. Aber... Der Codec ist ja MP4 ist ja der Codec. Ach, nur. Wir haben zu wenige Steine. Nee, nee, der Codec ist wieder was anderes. Wir haben eher da, aber kein Steine. Nein, wir haben schon Steine, aber... Ja, da haben wir viel zu viel. Ey, wie weit bist du da drüben? Nur mal so zur Frage. Es geht voran. Ja, ist ja gut. Und warum laufe ich eigentlich jetzt zurück? Ich will da drüben Steine verlegen. Ja. Ich muss mal gucken, wo ich die Spuren dann zusammenlege, weil das... Oder bis dahin, wo ich dann das mache, dass ich das alles auf einen Punkt mache. Weiß ich noch nicht. Wenn sich deine Zuschauer fragen, warum es bei uns nicht regnet, das liegt daran, dass ich ein Plugin drauf habe, das Regen. Okay. Bis zum nächsten Mal.